Jo, hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück bei... Äh, lol, weil da gerade mal Spanisch ist. Äh, willkommen zurück bei Let's Play Saw und irgendwie ist da Spanisch. Cool. A un lado a... O al otro en cada camino vera la luz. La luz. So, äh, egal. Wie auch immer, es geht los, es geht weiter. Ähm, ja, ich bin nicht so gut drauf. Ich hab mir letztens das Anad gekauft und der... Ah, äh, der dumme Steam Support macht da irgendwie voll den Dreck. Also, ich werde bald das Anad LP anfangen, sobald, äh, mein Code freigegeben wird von Steam. Ich hoffe, das ist zum Release, also morgen. Ansonsten, ähm, naja, müsst ihr etwas länger warten. Blockt vom die Asadorszeit. Nein, mein Englisch ist nicht so schlecht, ich sag's bloß so schlecht. Absicht. Achso, ich muss hier lang. Stimmt, also es gibt zwei Wege zum Licht. Und ja, da hat sich was bewegt. Ich muss nämlich jetzt nicht. So, da muss ich so... Ne, Arm nicht. Weil Arm... Nehmen heißt... Ein Mannequin. Arm nehmen heißt Arm ab. Wieso kann ich hier nichts tun? Achso, okay. Verstanden. Einfaches Gitzel. Um diese Tür draus zu öffnen, muss ich diesen Knopf drücken. Und um diesen Knopf drücken zu können, brauche ich hier diesen... diesen Boppel. Den muss ich finden. Ah, da kann ich ja auch malen. Stimmt, ja. Äh, so ein bisschen das Licht. Ja, ich hab wieder meine Zeit und nicht gespielt. Es ist schlimm mit mir. Ich fang immer was an und... Ah, also. Äh, du kannst dann ewig nicht zocken. Weil ich zu faul bin und... den Spiegel... Boah, Alter. Ja, langsam wird es aber schon ein bisschen zu einfach. Where? So, jetzt muss ich wahrscheinlich hier aufs Puzzle treten. Wo ist das Puzzle? Kein Puzzle da. Okay, dann. Where? Where? Das? Äh. Oh, nein. Wo tut irgendwas liegen? Das heißt, gerade den richtigen Part konnte ich nicht lesen. Aber, naja. So, tu ich die in den Geboven. Die Tür auf. Ähm, ich hab schon wieder keinerlei... Keinerlei Orientierungssinn. So, dann wieder mein Lieblingsspiel. Das lustige... Lustigspiel, das so viel Spaß macht. Oh Mann, das macht viel Spaß. So viel Spaß hatte ich ja nicht mehr... Seit meiner letzten Geburtstagsfeier. Schlimm ist, ich muss euch auch noch unterhalten, während ich diesen Dreck hier mache. Ähm... So, naja, okay, so schwer war es aber. Einmal bitte auf gut. Und schieb. Und weiter geht die lustige Show. Die lustige Show der Nussbräuche. Du guckst... DieTINE tue ja aus wie ein raum gleich das gott Ja, da ist eine Falle, die gelegt wurde, was sie denn, 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 was, was war drin, ich hab's nicht gesehen, so, dankeschön. Geben wir mal in den Lagerraum, wo ich auch schon wieder einen Kuppler finde. Ähm, diese Barrikaden, die braucht doch kein Mensch. Eine Piepe. Und, ah, Strom. Ah, das hier ist die Tür, die vorher verschlossen war. Ich verstehe. Ja, also wenn hier nachher kein St... Kampf stattfindet, dann weiß sie auch nicht. A Man's Obsession can D2. Also seine Gier, seine... Obsession, was heißt Obsession? Gier? Nee, nicht Gier. Aber so ungefähr. Wenn man zu... Wutmacht, blind, auf Deutsch, wie gesagt. Und, ah, ich hab' kein Zeitpunkt. Okay, ich hab' keine Zeitpunkt. Kein Lightpool. War ja nicht schwer. Ah, nee, das ist ja gar kein Lightpool. Wie kann ich bloß so... ...straps machen? Aber schwierig ist gar kein Traps. Ich muss sogar einer Gasfall. ein mehr oder ist das schon ein erster hinweis auf eine zahl glaubt hier nicht aber oh gott bitte nicht Alter ich drück ganz nach links ich hab ganz nach links gedrückt wie geht denn das ich kaufe mir neuen controller glaube ich ich habe hundertprozentig ganz nach links gedrückt als er rechts war na ja wo wir es wieder gibt es ja gottelang suchende checkpoints vielleicht muss ich unterfallen ach mit RS mach ich die Balance wer hier falschen Stick drücke dann bewegt mir das auch nichts hallo hallo erschreckt mich bitte nicht erschreckt es weil sie sich hier nicht da müsst ihr euch ein anderes LFD anschauen okay das ist echt fies aber sorry ach vielleicht brauche ich die Kamera Foto 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 okay ich glaube nicht dann nehme ich hier die gute alte Flashlight Super da ist nix können genau das was man beim ersten Hilfekasten braucht nichts großartig super ganz toll ich weiß gar nicht mehr nach was ich suche nach der Kombi ne nicht nicht genau so aus das kann ich doch hier bestimmt kaputt hauen okay vielleicht ist hier eine Zahlenkompensation offenbar nicht so so da geht sie eben weiter zu den Stärken Dutility und die Musik hört auf das ist meistens ein sehr schlechtes Zeichen oh wie ist die Kamera noch gehört der überflutet der überflutet da kann man durchgucken wo I know you are looking come to room 204 also 200 and 4 ein Spaten den hatten wir noch nicht was dir raten trinkt ein Spaten hab ich dir das ja auf die Wiesen aufgepasst also Spaten 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 hab ich gar nicht gesehen sie sind eigentlich gezogen so eine Puppe mit das gab es aber in Batman auch schon wo so eine wo so eine Figur war und auch der Kopf ist quasi ein Bildschirm der 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 dem der da sich schon sagen besonders schwer ist dieses Spiel ja auch nicht, also, kann man sagen, was man macht. Probier ich mal 204. Dafür, dass ich so oft scheitere, äh, ist sicher nicht so. Schirken & Counter. Einen Frauenkorridor. Was soll ich... da nachsuchen? Alter, wie kompliziert es ist für Jigsaw, die ganzen Riezen hier aufzustellen. Das ist doch... was für eine riesen Arbeit. ...Elevetos. No man. Tja, würde ich mal sagen, bin ich richtig. Ich, als komplette Motsexuelle. Oh, ah, Bandage hat doch schon lange nicht mehr. Oh, eine Peng Peng. Das sieht so fies aus. Oh, und zwar. Nix. Und... ein Bad. Ein... Badschläger. Und Batman. Hm. Okay, war einfach damit. Ein Nightstand. Ein Nachttisch. Äh, aber Nightstand würde eher Nachtständer heißen. Äh, ach, da kannst du doch. Ich pfeife. Oh, schon wieder dieses. Schnell. 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 Oh, und da wird einer. Ich überrasche ihn. Ich will den Blenden mit meiner Tasche machen. Schnell. Schnell. Aber... Oh, was gibt's da? Neue Messer. Dafür. Mach ich mir doch nicht die Finger schmutzig. Und... wie langes geht's. Wo ist denn der Kerl, der hier gelaufen ist? Ist er schon wieder abgehauen. Die ist die kleine Weichei. So, ansonsten gibt's hier glaub ich nix. Oh, mein Mikro ist nie in der richtige Position. Oh, 204. Oh, ich pfeife. 204 ist für mich im zweiten Stock. Das ist er schon. Rotumfall. Wieso habe ich eigentlich so wenig Leben? Und... Ping! Okay. Die Hälfte. Pitchabell noch mal hier. Was hat denn der denn? Ach. Auch wieder die typische Falle. Wie gesagt, da hätten sie sich mal echt was Neues überlegen können. Die Fallen sehen alle gleich aus. Oder sehr, sehr viele Fallen. Da ist... Zwang. 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 Also... Was geht hinter dieser Wand ab? Eine geht nicht hin. Ich glaub nie, es geht erstmal mal! Gucken wir es an. Ah, na ne, das gar kein just. Ah ne, das geht gar nicht. Leiter, was soll ich dir wissen? Das ist ein Fetzler Oper Sessel. ja da muss man hier ja ja mein das ist mein Lieblingsspiel. Wer hustet denn da? Das bin doch nicht ich, oder? So. So, da, da. Erledigt. Das war ja mal ich. Wer ist denn da? Wer ist denn da gehustet? Wer hat denn da gehustet? Mann, oh Mann, meine Grammatik ist auch wieder... eine Schnur.